Was bedeutet denn eigentlich Mastered for iTunes? Mastered for iTunes ist ein besonderes Format. Das verbindet ein kleines MP3-ähnliches Format mit einem hochauflösenden Ausgangsmaterial. Das heißt, auf der einen Seite müssen wir 96 Kilohertz oder 88,2 Kilohertz liefern, um später ein MP3-ähnliches ARC zu haben. Das ist dann oft auf 320 Kilobit pro Sekunde runtergedampft. Aber es gibt sicherlich auch die 192 noch. Das kommt ein bisschen darauf an, wie der Shop das gerade vorgesehen hat und wie der Künstler das bestellt hat, beziehungsweise die Plattenfirma. Okay. Welche Voraussetzungen muss denn der Mastering Engineer oder das Studio erfüllen, um Mastered for iTunes liefern zu dürfen? Es gibt ein Zertifikat. Das Zertifikat wird von Amerika, von iTunes abgenommen. Und man landet dann auf einer Liste der Tonstudios, die zertifiziert sind. Und wenn Plattenfirmen also Interesse an Mastered for iTunes haben, dann können die sich informieren und können sagen, okay, wir arbeiten mit Monoposto zusammen, weil die sind zertifiziert. Und das ist so das, ich sag mal, äußerliche Zeichen, was man dafür mitbringen muss. Das andere ist, man muss auch in der Lage sein, 96 Kilohertz, also hochauflösende Files, zu verarbeiten. Alle Geräte müssen das mitmachen. Also wenn man nur mit einer alten Workstation arbeitet, die halt nur 44,1 Kilohertz kann, dann ist man da nicht gut beraten. Das heißt, man sollte schon von A bis Z dieses hochauflösende Format bedienen können. Bedeutet denn Mastered for iTunes auch, dass es einen speziellen Mastering-Vorgang gibt? Mhm. Es gibt Tools von iTunes, die muss man sich runterladen. Da muss man sich auch nachrichten. Das sind unter anderem Anzeigen, also Analysen, die einen vor allem relativ früh Clippings anzeigen. Die Clippings sind so hart eingestellt, dass man dafür eigentlich bei den heutigen Mastern, die, sagen wir mal, heute so laut sind im Rock- und Pop-Bereich, da würde das Clipping relativ früh angehen. Was bedeutet, man muss eigentlich dynamischer und etwas leiser arbeiten, als es sonst der übrige Markt so vorgibt. Und es gibt natürlich dieser Umwandlungsprozess, dass später das Mastered for iTunes-File dann wirklich das verkaufsfähige File erstellt wird. Da passiert etwas, da verändern sich auch noch mal die Frequenzen, minimal. Aber das muss man auch berücksichtigen. Dafür hat Apple ein Tool. Das kann man sich auch runterladen. Da wird dann simuliert, wie es dann später im Shop klingt. Das ist ganz wichtig. Das sind auch die Voraussetzungen, die man mitbringen muss, dass man diese Tools hat. Und anschließend kann man das dann auch wirklich gut kontrollieren, dass dann dieses File allen Ansprüchen entspricht. Und dann geht es allerdings nicht in diesem umgewandelten kleinen Format nach Amerika zu iTunes, sondern wir liefern das große 96-Kilohertz-File ab. Michael, was gibst du Produzenten mit auf den Weg, wenn es um Mastered for iTunes-Produktionen geht? Es ist wichtig, dass Produzenten von Anfang an über dieses Thema Mastered for iTunes informiert sind. Und ich empfehle von Anfang an, wenn es geplant ist, in 96 Kilohertz oder 88,2 Kilohertz aufzunehmen, zu mischen und die Files dementsprechend auch hochauflösend mir zu bringen, sodass die ganze Kette von vorne bis hinten eben hochauflösend ist und dass man nicht zwischendurch irgendwelche Wandlungsprozesse hat, weil das würde im Prinzip dann schon wieder bedeuten, wir haben Qualitätsverlust, Dynamikverlust. Und das sehen die Leute von iTunes auch nicht so gerne, weil das nicht so konsequent ist. Also wenn man das von vornherein weiß, dann sollte das auch mit dem Label besprochen werden, das muss auch budgetiert werden, das heißt, wir haben ja auch etwas höhere Kosten dadurch. Dann kann man das von vornherein so in die Wege leiten und ein richtig schönes Mastered for iTunes aufs Parkett legen. Spielt denn die Bit-Tiefe, also 24 oder 32 Bit, in der Produktion auch eine Rolle? Es bleibt bei 24 Bit. Michael, die digitale Distribution von Songs spielt ja eine sehr große Rolle. Alle Titel werden mittlerweile im iTunes Store oder Apple Music auch vertrieben. Wie hoch ist denn der prozentuale Anteil der Produktion, die bei dir im Mastering-Studio sind und dann schon Mastered for iTunes sein sollen? Also gewünscht wird es fast bei jeder Produktion. Allerdings lässt es sich nicht bei jeder Produktion umsetzen. Man kann sagen, im Endeffekt sind es vielleicht 50 Prozent. Das hängt vom Budget ab, das hängt davon ab, ob die Voraussetzungen geschaffen wurden. Und im Endeffekt ist es nicht für jeden so wichtig, aber für die Kaufleute ist es sehr wichtig, weil das natürlich das Zertifikat bzw. diesen blauen Sticker im Shop garantiert. Und so kann man sagen, dass jede zweite Produktion, die ich hier master, eben auch parallel als Mastered for iTunes rausgeht. Und so kann man sagen, dass jede zweite Produktion ist. Und so kann man sagen, dass jede zweite Produktion ist.